Ja! Nicht? Ja, 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 ja. Wie gehen wir denn damit? Ähm, scheiße. Boah. Was ist geschehen? Oh, ein Gehast. Ja, ja! Warte mal ab, schnell! Quatsch! Ich versuchte mit seinen eigenen Dinger zu treffen. Aua. Keine gute Idee, keine gute Idee. Zombies, verpisst euch! Was will ich jetzt machen? Schneller! 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 Oh Gott! Oh Gott! Was passiert? Die Erinnerung kommt wieder. Nein! Das Maragd haben wir hier noch. Echt? Ja, ja, und 16 Holzkohle. Mensch, Mensch, Mensch! Ich geh mal rüber zu meiner Farm, wo ich ja so ewig lang gebaut hab. Oh, ho, 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 ho! Schim, du kannst da mal abfarmen. Ja, ja, da kriegen wir auch noch mal mächtig viel zusammen. Wir gehen ja eh ne mehr hin, kannst ja eigentlich alles abfarmen, oder? Ja. Wollen wir hier so nicht mal hingehen. Weiß ich nicht, ich bin jetzt auch wieder dort. Ach ja, noch, äh, noch zwei, äh, zwei Stacks Melone. Haufen Weizen haben wir hier noch. Weißen Blöcke. Nimm die mit, nimm die mit. Für die Pferde. Für die Kinder. Melonen, ah, das ist nicht gut, weil wir dort nicht waren. Hehehe. Aha. Die Tiere leben auch noch. Wir kommen ja schlecht her. Irgendwie ist eine Kuh gestorben. Warum auch immer. Ich weiß nicht. Ja, ja. Ja. Nimm aber die ganzen Essenssachen mit hier. Okay. Schmerzt Glas ein bisschen. Also Glas. Bumm. Ah ne, die Weizen, die Strohballen lassen wir dort. Lass ich dort. Okay. Ach Gott, mein Schuss. Ups. Ja, bumm. Ach ja, was wir hier noch alles bauen wollten. Nicht gemacht haben. Was wir nicht machen konnten. Was haben wir gesagt. Ups. CD-Player ist ja auch noch da. Ach so, die Duke-Bucks sind sie mit. Und dann unterwegs verreckig. Okay. Für was haben wir denn ne Endertruhe. Da tu ich die grad mal rein. Die Sachen, ich lauf jetzt. Komm alles was. Da kannst du nur du drauf zugreifen. Ich hab die grad mal mitgenommen. Ich tu die dann da drüben rein. Hey. Hey. Wir nehmen knapp schon ne Stunde auf. Fünf Stunde. Fünf. Sind vier Parts. Hey. Also so ungefähr anderthalb Stunden, dann haben wir's zusammen. Oh Gott. Das zu rendern. Das wird spaßig. Boah ja. Das wird spaßig. Boah ja. Nein, die Bücher abbauen. Abbau einfach die Büscheregal ab, dann bekomm wir die Bücher, weil die Bücher sind noch am aufwendigsten zu machen. Geht doch. Dann bekommen wir aber nur die Bücher. Ja, aber die Bücher sind noch am aufwendigsten zu machen. Ja. Ich hab hier noch einen Bogen mit unbegrenzten Feuer. Okay. Wir haben ein bisschen okay. Noch ne Eisenrüstung für dich? Ich hab noch mal einen. Ah. Du. Ach doch. ich hab hier noch was und die Lernwurz und kann hier ich habe ja noch ein Diamantschwert mit Schärfe zwei Band drei Rückschluss 2 und Haufen weiße Bücherregale ja da bau die alle ab, weil die Bücher sind nicht schwierig äh ne die waren in der Kiste 30 Bücherregale auch die reichen, die reichen aber nimm einfach noch ein paar mit jo die bau ich dann dort ab, ich hab die Sachen in der Endertruhe drin ja dort in der Hölle ist da auch eine oh da bist du wieder schlauer als ich, Mensch so den Bogen hab ich auch noch mit da gibt's noch XP Flaschen, wenn du XP brauchst 10 Ender Augen sind auch noch dran ich hätte ein Feuerzeug mitnehmen sollen, falls das Brutal ausgeht 7 Meter Rauchen was? was, was hab ich gesagt? keine Ahnung ich weiß es nicht ich weiß es nicht um den Garten und habern harten was? ich kann den Braten, aber lieber noch warten in 10 Minuten mach mir kurzen Schnitt, ok? weil ich aufs Klo muss oh Gott oh Gott, ich werde sterben nein, du darfst nicht sterben oh Gott, die ganze Plattform ist voller mit Zombies WTF du schau, du schau mein Kader hichelt gerade schon klar wo ist dieser scheiß Gast? au, au, au z, z, z ok, seht ihr nicht lauf doch nicht vor meiner Linse, wenn ich die Bücher abbaue also wenn wir mal Gold Nuggets oder so brauchen, ne? ich geh dann wieder aber echt ich hab hier Stück oder so noch boah, fuck, 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 fuck hier brennt, die Bücher brennen was? wo ist? WTF nein NIEES 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 NICHTERBEN ZEIT NIEES ich hab versucht, das Feuer zu löschen ZEIT Es war doch alles in der Truhe OH SWIM SWIM NIEES hallo 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 hast du was dabei gehabt zwei eisen schaufeln zwei eisen hacken zwei eisen spitzhacken eine eisen rüstung und ein stackkabel kommt es mal runter schnell wenn du runterkommst das nicht so eine gute idee benutze lieber den hinterausgang den da warte ich zeige dir macht er beim tunnel ist der wo von creeper mal gefallen war ach so der der hier hallo ähm ah ja komm schieb mir in feilen ins rektum wo bist du am bauen hier hallo hallo kommst du ähm ich will schlafen gehen ja weiter 360 nein wir sind unter beschoss in dem bunker gleich schritt verdammt man jetzt lauf ich dort noch mal hin und hol einfach nur die sachen ich war level 38 man was war der hat total ausgefeiert willst du mich verarschen aber das muss jetzt sein cheater haha cheater sau ich cheate nicht das ding ist behindert das ding ist behindert hast ich angehört hatte mich an gehört yahoo Oh, das war ein Skelett hier. Sven. Keine Ahnung, ich cheate gerade nicht. Das ist taktisches Bauen. Soll ich dir mal eine Minecraft-Weisheit sagen? Ja. Die Geräusche, die ein Ghast macht, sind von einer Katze, von einem Entwickler. Ernsthaft? Einer von Mojangs Mitarbeiter hat eine Katze. Die Katze macht die Geräusche von dem Ghast. Willst du mich jetzt verarschen, oder was? Ich weiß jetzt nicht, ob das Portal an ist, ne? Was hab ich euch getan, Jungs? So, dritter Versuch... oh, vierter oder dritter, was weiß ich. Ah! Geh da nicht rein, da ist... Das ganze Ding ist... Boah, Dreck! LOL, wie viele Pigments! Ich glaub, wir werden das nicht mehr in dieser Folge schaffen, irgendwie... an die Sachen... Mann, Sven, bist du... bist du in... Bist du zu Hause? Äh, ja. Ich fahre runter. Was muss ich denn eingeben, äh... Naudilus LP Svenkill9. Ist mein Name und dann dein Name. Wenn ich drauf schaue, dann drück auf Enter. Okay? Ich glaub, ich hab's richtig eingeben. Ja, komm rein. Okay, ich bin drin. Und, und, und? Oh, danke schön. Vielen Dank. Äh, ich, ich regel das jetzt. Ich. Dann geh in den Gamer und mach das so. Nö, die lassen mich jetzt in Ruhe. Lol, da hat sich einfach nur ein neues Portal gebildet. Ey, fuck. Egal, die... Das ist eh schon voll am Arsch hier. Bitte greift mich nicht an. Jetzt aber schnell weg hier! Auf nimmerwiedersehen! Drecksding! Was ist das? Warum verlassen Sie mich in Ruhe, Tadda? So, ich bin da, ich hab die Sachen und... Vier Minuten haben... Was? Was? Komm, hau mal mal die CD rein hier. Hau den Swag rein. Oh Gott. Yeah! Oh Gott. Jetzt zieht sie den in der Wand verschwunden. Ist schon voll der DJ. Ach, da ist sie wieder. Okay, wir werden mal auf mit dem Kack. Kommst du runter? Oh nein, komm, ich komm hoch zu dir. Ich hab zwei CD ist gleichzeitig. Ernsthaft? Ja. Was soll das werden? Es soll ein riesen... Schwinglinge Ding 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 werden. Okay. Komm, ähm, warum rennst du jetzt weg? Die... Wir haben nur noch zwei Minuten. Achso. Oder nicht mal. Wohl, wohl, wohl. Bleib mal stehen. Ich will den Abschluss... Willst du den Abschluss machen? Willst du? Ja. Warte, warte, warte. Boah. Mach aus. Und wie? Ah, Sven. Die Musik läuft weiter. Immer noch. Warum verlässt du jetzt, hallo? Hallo, willkommen zurück. Oh, da kriegt man in den Ohren krebs. Ähm, wir... Also, ich muss das machen. Okay, komm, komm. Ähm, wir haben die Wolle geklaut. Ähm, wir nehmen ja eh gleich wieder zehn Minuten auf oder so. Na? Mhm. Ja, war's das? Bis jetzt? Ja, okay. Tschüss. Tschüss. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge. Wiederschön. Tschüss. Mua. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss jetzt. Tschüss.